Alle wollen sich das erstmal anschauen, aber welche Produkte, welche Tools sind am Ende auch wirklich die, die kleben bleiben. Ich glaube, das ist ein großes Potenzial auch für deutsche Firmen, tatsächlich auch noch stärker mit den US-Anbietern auch zu konkurrieren. Und trotzdem dürfen wir nicht zu aggressiv Praktiken verwenden, die eigentlich gegenläufig sind für eine neutrale Meinung, die auch abgebildet werden soll. Wer das heute nicht garantieren kann, der hat eh keine Chance. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcasts. Und wir wollen heute mal einen erneuten Blick in das Kaufverhalten von B2B-Käufern reinschauen. Denn Gartner hat 2024 eine neue Studie veröffentlicht, die mega interessant ist. Da gibt es tatsächlich ein paar super relevante Trends, die wir heute mal tiefer uns anschauen werden, diskutieren werden. Natürlich mit eigenen Meinungen auch und Erfahrungen, die wir einbringen werden. Und ich freue mich mega drauf, weil generell Kaufverhalten mit das Wichtigste als Grundlage für alles, was wir eigentlich so im Marketing natürlich machen, wenn wir unsere Zielgruppe verstehen wollen und entsprechend relevante Kommunikation liefern wollen. Matze, wir sitzen hier heute kurz nach dem Osterwochenende. Wie geht es dir? Wie war deine Woche bisher? Sehr, sehr gut. Also ich glaube, wir machen viele noch so Resturlaub sehr spät. Also sehr spät im März ist Osterwochenende, aber ich glaube meistens ja im April. Das heißt, es ist sehr wenig los gewesen. Auch die letzten eineinhalb Wochen hat man schon gemerkt, dass viele da nochmal eine Auszeit genommen haben. Deswegen eigentlich alles entspannt. Und ich hoffe bald auf einen guten Frühling und freue mich aber schon mal auf einen frischen Report heute. Das ist ja die fünfte Ausgabe von diesem Report. Das ist auch ein Trend, was wir mit vielen Tech-Themen irgendwie sehen, dass sie versuchen, sich zu etablieren als so, hey, wir haben einmal im Jahr dieses Event oder diesen Report. Irgendeinen fundamentalen Content-Piece auf der OMR ist dann immer so State of the Internet. oder German Internet ist es, glaube ich, sogar. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant und da bin ich mal gespannt, was wir da heute so uncovern. Vorher aber nochmal, ich sehe, du hast in den letzten Folgen auf jeden Fall immer eine Cap auf. Liegt es einfach daran, dass der Friseur gewechselt wird oder ist es dein neues Markenzeichen? Nee, tatsächlich muss ich gestehen, dass ich mal wieder den Haarschnitt nötig habe. Und die Cap verdeckt das so ein bisschen. Und dementsprechend nutze ich natürlich solche Gadgets, um mich auch entsprechend gepflegt präsentieren zu können heute für diesen einzigartigen Podcast. Ja, okay, die umgekehrte Cap, also gepflegt heißt der Haarschnitt gerade. Ja, genau. Sagt einiges über dein Haarschnitt aus. Ja, du, ich werde es jetzt mal nicht abnehmen. Ja, cool, steigen wir rein. Gartner ist ja auch eine Brand, ein Unternehmen, das eine entsprechende Reputation auch genießt. Natürlich gerade im Enterprise-Software-Bereich, wie siehst du das? Ist es noch so relevant, wie es damals war? Es gibt sicherlich, also diese Fortgealer-Thematik ist sicherlich diverser aufgestellt heutzutage. Es gibt auch viele unterschiedliche Quellen, die, glaube ich, eher so ein Gesamtbild ergeben und nicht so diese eine Meinung, die jetzt super zählt. Ich glaube auch gerade Chris Walker und Co. haben da auch einen Zacken aus der Krone gebrochen, weil da, glaube ich, sehr viel auch direkte Kritik geäußert wurde. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Thought Leader weltweit für das Thema DemandGen ist. Dementsprechend sicherlich eher abnehmend, aber ich glaube, sobald man oder spätestens auch in einem Enterprise-Segment unterwegs ist und da schaut, ist es immer noch absolut ein, ja, ein ganz, ganz wichtiger Informationspunkt für viele Unternehmen, um sich in die Zukunft aufzustellen. Und ich glaube, ein Teil davon ist auch einfach, dass Gartner die Sprache der Corporates auch einfach spricht und weniger dieses lässifäre, direkte, persönliche und mehr dieses professionelle Mindset auch noch vertritt. Was man ihnen auf jeden Fall zugutehalten muss, ist das Netzwerk, das sie haben. Einfach, sie haben Zugriff auf unglaublich viele Entscheider, B2B-Käufer. Das haben sie auch hier wieder für die Studie natürlich entsprechend genutzt. Wir sprechen hier von 2449 Teilnehmern, die ihre Meinung abgegeben haben aus neun Ländern, also komplett international. Es ist ja auch die globale Studie, also Gartner 2024 Global Software Buying Trends, so heißt das Ganze, mit 24 Industrien, also super, super spannend. Nicht jetzt irgendwie auf eine Industrie fokussiert, sondern relativ breit, international aufgestalt, fast 2500 Teilnehmer. Soweit zur Methodology. Lass uns vielleicht mal einsteigen mit dem ersten Finding und da geht es direkt darum, haben wir eigentlich einen Trend, wollen Leute mehr Software kaufen, mehr investieren in Software oder wie sieht es da aus? Und da sehen wir schon, dass tatsächlich 61% insgesamt gerne mehr investieren wollen in Software in diesem Jahr, in 2024. Was mich so ein bisschen gewundert hat tatsächlich, weil natürlich, wenn man auch so auf LinkedIn viel unterwegs ist, bekommt man schnell den Eindruck, ja irgendwie Stars Cutting, wo nur geht. Wir müssen jetzt irgendwie nochmal alles überdenken, eher Software weniger nutzen als mehr. Das ist auf der einen Seite, weil natürlich alle irgendwie zu viel Kosten sparen wollen und auch müssen, wie nur geht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema, alle müssen und wollen produktiver werden, wollen effizienter werden und oftmals geht das halt auch dann mit neuen Tools einher, weil natürlich Software-Tools, gerade jetzt auch in der Welt von AI, natürlich oftmals zu einer höheren Effizienz auch führen. Deswegen, was denkst du darüber? Hättest du gedacht, 61% wollen mehr ausgeben für Software? Ja, das ist, glaube ich, schon überraschend. Ich würde mal ganz kurz so auf das Fundament der Study eingehen, weil ich glaube, 2499 Antworten ist eine gute Menge. Ich bin jetzt auch kein Data Expert, ab wann es irgendwie, wo so die Grenzen, wo das so richtig relevant wird, aber auch über neuen Märkte wirkt auf mich schon relativ widely spread. Und ich glaube, das geht auch ab einer Unternehmensgröße von ab fünf Mitarbeitern halt los. Ich glaube, deswegen sicherlich ein Datenpunkt, der auch wichtig ist oder der sicherlich einen interessanten Insight auch gibt, aber man muss auch immer das Ganze mit einer Prise Salz auch hier genießen. Und auch das, ich glaube, ist auch Teil der Kritik, inwiefern ist das tatsächlich ein aussagekräftiges Ergebnis im Vergleich zu, wie es präsentiert wird. Das sind jetzt so die Trends, aber wenn du es runterbrichst, sind es vielleicht dann doch gar nicht so viele Teilnehmende. Und wie sieht das dann für die einzelnen Märkte aus und wie sieht das dann für die einzelnen Unternehmensgrößen aus und so weiter. Ich glaube, da fehlt noch eine Menge Detail. Und trotzdem, was sich halt eben erkennen lässt, was du richtig gesagt hast, ist die Kauffreudigkeit oder auch die Budgets scheinen wieder zu steigen. Und es deckt sich zumindest auch anekdotisch mit ein paar Sachen, die ich auch außerhalb des Reports immer mal wieder höre. Ein Beispiel ist der CEO von Bravado, das ist ein Sales Network aus den USA. Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt gerade, aber auch eine schillernde Persönlichkeit auf LinkedIn, so wie ich ihn wahrnehme. Und der hat ein Sales Report auch veröffentlicht in Zusammenarbeit mit vielen Thought Dealern. Ich glaube, im Februar schon zu 2024. Und er ist voll mit der These reingegangen, 2024 das übelste Growth at all kostet hier wieder. Und alle gehen zurück in Aufdrehen-Modus quasi. Und alle sind wieder am Highern von SDAs und die Targets sind wieder mega hoch. Und die Leute merken das noch nicht ganz, aber es wird wieder richtig, richtig Gas geben. Es wird wieder richtig Gas gegeben. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Amerika-Thema, die meistens dann nochmal einen Schritt weiter voraus sind. Wollte ich gerade sagen. Ja, bis dann überschwappt, ist dann die Frage. Da müssen wir sehr stark differenzieren zwischen dem US-Markt und dem EMEA als auch DACH-Markt. Und ich meine, der US-Markt wächst, der wächst gut. Und wohingegen wir hier in DACH als auch EMEA eher eine rückläufige Wirtschaft dann auch haben. Das stimmt, aber es ist trotzdem Vorbote, denke ich. Auf jeden Fall. Weil es sich viel orientiert wird natürlich auch an dem Markt. Und auch mittlerweile so international durch die ganzen VC-Strukturen und so weiter die ganzen Themen aufgebaut sind. Was halt super, super spannend ist. Und ich denke mal auch viel der Studie, ich weiß nicht, wie viele Respondents genau aus den USA kommen. Aber USA ist auch ein Land gewesen, was hiermit berücksichtigt wurde. Deutschland aber tatsächlich auch, muss man dazu sagen. Genau. Deswegen das ist sicherlich ein sehr positives Zeichen. Und ich kann es zumindest auch noch bestätigen mit vielen Kundensegmenten, die bei uns einfach schon gut auch gestartet sind 2024. Wenn man jetzt mal Gesamtpipeline, Gesamtinbound auch anschaut, haben sich glaube ich viele auf ein sehr, sehr schlechtes Jahr vorbereitet. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die meisten Leute jetzt sagen, oh, wir müssen auf jeden Fall Budgets nochmal verdreifachen, wenn wir uns komplett unterschätzt haben. Und wir können auf einmal alle Türen öffnen. Aber wir sehen auf jeden Fall positive Signale und sehr gute Ergebnisse. Ja. Was ich auch spannend finde, ist, wenn man mal so ein bisschen weiterliest dann in dem Report, zeigt es sehr klar auch, wo auch noch große Trends innerhalb des Software-Spaces auch hingehen. 92 Prozent planen nämlich tatsächlich in AI-Software auch zu investieren. Ja. Sind fast alle von denen, die gefragt wurden. Das ist schon krass, ne? Und das deckt sich natürlich auch mit dem kompletten VC-Fokus, den wir aktuell erleben. Also ich meine, AI ist das Thema. Irgendwie täglich springt ein neues AI-Startup aus dem Boden sozusagen. Und VCs natürlich mit absolutem Fokus gehen genau auch in dieses Vertical rein. ist natürlich das Thema irgendwie von 2023, 2024 mit Open AI und allem, was da so dazugehört. Aleph Alpha hier aus Deutschland. Natürlich auch einmal Shoutout an Made-in-Germany-Products. Genau. Und ich glaube, das war irgendwie schon relativ klar, dass das kommen wird und wundert mich jetzt auch nicht groß. Ja, schon recht heftig auch. Und die Frage ist natürlich immer, was bedeutet das? Also ich meine, dass die Technologie so stark ist und so wichtig wird auch, dass eigentlich fast jedes Technologieunternehmen oder auch in Zukunft jedes Unternehmen wahrscheinlich irgendwo ein Technologieunternehmen wird und auch da AI immer ein Bestandteil wird. Das ist zumindest die Richtung, wo ich denke, dass es schon auch hingeht. Und dementsprechend, ja, es ist einfach so ein bisschen auch ein krasser Schierenbegriff, der ja noch verwendet wird, wo einfach ganz, ganz viel noch drunter steckt und wo die Leute selber, glaube ich, noch gar nicht so weit sind oder so weit durchdringen, irgendwie zu verstehen, okay, was meine ich damit selber eigentlich, wenn ich sage, ich will AI. Das wirkt einfach so powerful irgendwie. Ich habe auch diese Woche schon oder noch mit einem Founder von einem Gen-AI-Tool gesprochen. Der meint halt ein großes Thema, was auch viele Gen-AI-Tools gerade ein Problem, was sie haben, ist halt Gen zum Beispiel. Du hast halt relativ so General Purpose, so Schweizer Taschenmesser-Systeme, wo du viele unterschiedliche Use Cases anwenden kannst und auch deine eigene Kreativität irgendwie noch gefragt ist, um das Tool so richtig gut zum Laufen zu kriegen. Ich glaube, viele haben diese Erfahrung auch mit ChatGPT etc. gemacht. Es ist nicht ein Plug-and-Play, also am Anfang jetzt mal schon so wirkt, aber um wirklich den Value rauszukriegen, muss ich schon wieder mal auseinandersetzen und wie baue ich damit ein Workflow. Und wenn du es halt nicht hinkriegst und da auch schwierig irgendwie vielleicht auf der Service-Seite auch nicht perfekt ist oder die einfach so, vielleicht das Onboarding noch nicht perfekt ist, in das Tool rein, der Use Case, vielleicht auch die Gründe noch gar nicht selber klar ist, finden halt auch viele Leute so diesen, das sieht man hier glaube ich bei den 92% einfach super gut widergespiegelt. Alle wollen sich das erstmal anschauen, aber welche Produkte, welche Tools sind am Ende auch wirklich die, die kleben bleiben? Das ist halt eine super spannende Frage und nur weil jetzt du viel New Business hast als Gen-AI-Tool, heißt das noch lange nicht, dass du überlebst in den nächsten zwei, drei Jahren, weil wer weiß, wie viele davon überhaupt noch da sind in sechs Monaten, in zwölf Monaten. Ja, Retention gewinnt am Ende halt dann doch immer. Halte Prozent, ja. Ja, cool, gucken wir mal weiter und zwar die Gründe tatsächlich, warum auch tatsächlich B2B-Buy dann sich für eine Software entscheiden, fand ich sehr, sehr spannend und zeigt, finde ich, sehr, sehr interessante Potenziale auf, in die wir gleich mal einsteigen können. Ich lese mal vor, Nummer 1 mit 46% aller Antworten tatsächlich als Grundsicherheitszertifizierungen, Reputation und Datenschutzpraktiken. Hätte ich nicht gedacht, dass das auf Nummer 1 steht. Nummer 2 mit 43% technische Supportfähigkeiten und Betriebszeitgarantie, also auf Englisch die Uptime, also wo du wirklich dann auch natürlich eine Garantie hast, hey, die ist reliable, die Software zuverlässig und ich werde die immer nutzen können, wohingegen nur 21% gesagt haben, dass sie wert oder dass ein Grund ist, dass es ein lokales Produkt ist, das im eigenen Land sitzt. Und das finde ich spannend, gerade wenn wir nochmal auf den ersten Punkt zugehen, weil ich glaube, da haben wir als deutsche Anbieter, als deutsche SaaS-Tools auch einen absoluten Vorteil, was so Sicherheit angeht. Ich glaube, da sind wir wirklich gut, wir haben sehr gute Sicherheitspraktiken, liegt natürlich auch daran, dass wir sehr viel härtere Regulatorien haben. Hier in dem ganzen Datenschutzbereich sind wir einfach viel, viel stärker reguliert und haben viel härtere Gesetze auch als jetzt zum Beispiel in den USA. Deswegen müssen deutsche Firmen das natürlich liefern. Und natürlich jetzt auch spannend zu sehen, dass auch internationale B2B-Buyer eben genau darauf auch Wert legen. Ich glaube, das ist ein großes Potenzial auch für deutsche Firmen, tatsächlich auch noch stärker mit den US-Anbietern auch zu konkurrieren und zu sagen, hey, das ist genau das, wofür wir stehen. Und zwar Sicherheit, entsprechende Datenschutzpraktiken und auch die Reputation, die natürlich einhergeht, wenn man jetzt ein Made-in-Germany-Produkt auch ist. Wie siehst du das? Ja, sehr, sehr spannend. Eine Hypothese wäre oder warum das vielleicht so ist, könnte sein, weil wenn jetzt jeder anfängt, ChatGPT zu nutzen, ist es nach meinem Wissenstand schon so, dass du gibst eine Information rein und jemand anderes kann die Information theoretisch wieder rauskriegen und jetzt zu wissen, wer hat die reingegeben und warum ist die da überhaupt drin und das können natürlich auch sensible Informationen sein. Das heißt, wenn jetzt die ganze Workforce anfängt, damit zu arbeiten, willst du überhaupt kontrollieren, dass sie nicht Sachen auch reingeben, die eigentlich unter NDA stehen, dass sie entsprechend auch weitergebildet sind, um zu verstehen, wie kann ich so ein Tool auch datensicher nutzen und wie nicht. Ich glaube, dadurch könnte, gerade weil das AI-Thema und dadurch die Debatte so angeheizt wird, das Datenschutzthema eben auch wieder wichtiger werden und ich glaube, wir sehen es in Deutschland auch, dass die großen Unternehmen viel auf eigene Entwicklungen von Modellen etc. bauen und da auch rein investieren, weil sie sich da eher verschützen wollen vor diesem ganz offenen Modell quasi, weil natürlich da einfach auch ein großes Risiko mit einhergeht. Deswegen sehr, sehr interessanter Trend, umso digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird das wahrscheinlich auch einfach, weil es ist irgendwie so dein Hab und Gut. Der Zukunft sind halt deine Daten. Gerade mit dem AI-Trend, wenn Unternehmen Angst haben, brauchen wir zukünftig eigentlich noch eine Website, wenn JetGPT auch alles beantworten kann, was sonst Leute auf meiner Website finden beispielsweise. Also ich glaube, das ganze Datenschutzthema wird natürlich immer wichtiger und Unternehmen müssen natürlich nachziehen und ich glaube, das ist eine große Chance für deutsche Unternehmen, wie schon gesagt. Was bedeutet das am Ende für uns, wenn wir jetzt Marketing machen? Ich glaube, deutsche Unternehmen können das Potenzial nutzen und gerade da auch nochmal einen stärkeren Fokus setzen. Wir sehen natürlich ganz oft irgendwie Features werden kommuniziert, Benefits vom Produkt und gerade die Benefits, die dann Richtung Datenschutz auch gehen, nochmal stärker hervorzuheben, auch im internationalen Vergleich, glaube ich, lohnt sich. Ja, und trotzdem, was ich immer schwierig finde, ist so ein bisschen diese Kommunikation. Wir sind wie Tool Y aus den USA, aber Datenschutzkonform. Das ist ein nettes Kriterium, was du sicherlich erfüllst. Du musst schon auch noch ein wirklich gutes Produkt bauen. Bist du dann wirklich so gut von der Produktperspektive dahingestellt, das wirklich so intuitiv zu benutzen, ist der Time to Value wirklich auch so schnell, es ist genauso leicht, die Leute uns onboarden, diese ganzen Themen, die sonst auch relevant sind. Deswegen so richtig darauf ausruhen kann man es auch nicht, aber der Vorteil liegt sicherlich darin, dass es von Anfang an mitgedacht werden muss und dadurch halt auch als absoluter Vorteil verkauft werden kann. Also es geht ja auch jetzt hier in der Kommunikation sicherlich darum, wenn man in der engeren Auswahl ist, da kommen wir gleich auch nochmal drüber, wirklich in der engeren Auswahl am Ende, ihr habt vielleicht irgendwie jetzt drei, vier Anbieter, die man zur Auswahl hat, vergleicht. Gerade dann am Ende, wenn schon der Deal offen ist, wenn die Pipeline besteht mit einem Deal, dass man dann nochmal stärker gerade da reingeht, was am Ende dann auch der finale Grund ist, warum sich jemand für dich entscheidet. Also die technischen Supportfähigkeiten, mega wichtig. Wie bin ich da aufgestellt? Was für einen technischen Support kann ich eigentlich liefern und leisten? Was für Beispiele kann ich dafür auch nennen mit Kunden, die in der Vergangenheit da Unterstützung auch gebraucht haben? Und wie schnell konnten wir das dann lösen? Auch mal eine spannende Case Study, die ich so noch nie gesehen habe beispielsweise. Als auch dann nochmal stärker reinzugehen, hey, das ist ganz konkret, wie wir aufgestellt sind, wenn es um unseren Datenschutz geht. Also hier ist unser, was weiß ich, IT-Center und das ist so und so verknüpft. Und da mal einfach mal ein bisschen stärkere Einblicke auch zu geben. Ich glaube, ich kann sich gerade am Ende, wenn es wirklich darum geht, okay, why us, diese Frage zu beantworten, sehr, sehr stark lohnen. Ja, was mich noch interessiert, das Uptime-Thema war ja auch ein wichtiges, was meinst du, woran könnte das liegen, dass das vielleicht zunehmend wichtig ist, weil es wirkt für mich wie ein Thema, also ich zumindest, vielleicht in meiner Naivität, so eine Selbstverständlichkeit auch drin irgendwie, dass die Software nicht auf die Software zugreifen möchte, dann kann ich auf die Software schnell zugreifen. Ja, hat mich auch überrascht. Würde ich auch als absolut, wer das heute nicht garantieren kann, der hat eh keine Chance. Trotzdem, manchmal, ich meine, wir verstehen die Systeme wahrscheinlich, wie es technisch funktioniert, nicht im letzten Detail, aber trotzdem, ich glaube, HubSpot war ja Mitte März auch ein paar Stunden down, da muss irgendjemand ordentlich am Schwitzen gewesen sein, weil die haben halt auch dann gerade auf dem Enterprise-Level ist halt den ganzen Contracts drin, du musst irgendwie diese 99 Prozent erreichen und ein paar Stunden machen halt eben schon einen Unterschied und auf einmal geht es dir ganz zu Revenue flöten. Und natürlich auch, ich meine, stell dir vor, das passiert drei, vier Mal, wie schnell kommen die Leute dann dahin und sagen, ey, wir können es unternehmlich darauf bauen, so CRM, das ist das Herz, das ist das Core irgendwie von GoToMarket. Ja. Das ist crazy. Ja, total. Das sind die Helden, die man so nicht sieht, die nicht so sichtbar sind wahrscheinlich, die dann dafür sorgen, dass die Tools auch wirklich immer da sind, wenn man sie braucht. Diese Selbstverständlichkeit einfach, ist eine Errungenschaft dann. Ja, total, die dürfen auch gerne mal öfter zelebriert werden, nicht immer nur Sales. Das ist genau wie Marketer sein. Yes, cool. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar haben wir ja gerade über die Gründe gesprochen, die am Ende wirklich dann auch zu einer Entscheidung führen, was ist so am wichtigsten für B2B-Käufer. Ein weiterer interessanter Punkt, der im Report auch abgedeckt wird, ist, was sind so die Top-Content-Formate eigentlich, wo sich B2B-Buy auch wirklich informieren, um dann auch eine Entscheidung zu beeinflussen. Und das fand ich wirklich krass, was sie da entdeckt haben oder was die Leute beantwortet haben. Und zwar, dass eben 46 Prozent von allen Leuten, allen Teilnehmenden in dieser Studie sagen, dass sie Kundenrezessionen und Bewertungen auf Review-Plattformen am meisten nutzen, um eine Kaufentscheidung auch zu beeinflussen. Also, dass sie da wirklich am meisten Wert drauf legen. Und zwar noch mehr als personalisierte Produkt-Demos, was nur 44 Prozent angegeben haben. Das ist ein kleiner Unterschied, aber trotzdem, das hätte ich nicht gedacht. Also, dass die Relevanz von Review-Plattformen so stark steigt, dass fast die Hälfte aller Studienteilnehmer sagen, das ist so das, was mich am meisten beeinflusst am Ende, um eine Entscheidung zu treffen. Das finde ich krass. Und trotzdem ist es eben wie ein Schirmbegriff, auch Review-Plattformen. Ich meine, ich glaube, G2 ist auch so ein bisschen bekannt dadurch, oder zumindest gibt es ein Bild auch von G2, die machen halt relativ aggressive Praktiken, so um Reviews zu generieren. Irgendwie arbeiten viele mit Vouchers und aggressiven auch Kampagnen, die dann unterstützen halt für das Unternehmen. Weitere Reviews zu sammeln, sind auch irgendwie selektiv etc. Und man muss halt, glaube ich, schon aufpassen, dass das höchste Gut, was du als Review-Plattform hast, ist wahrscheinlich Transparenz und Vertrauen. Und ich glaube, das darf halt nicht verloren gehen. Und du musst halt ganz stark aufpassen, diese Balance zwischen, wie stelle ich sicher, dass wir viel Traffic und viel Reviews auch sammeln auf der Plattform, damit es auch wirklich up-to-date und relevant bleibt. Und trotzdem dürfen wir nicht zu aggressiv Praktiken verwenden, die eigentlich gegenläufig sind für eine neutrale Meinung, die auch abgebildet werden soll. Also es soll ja facettenreich sein. Es soll ja nicht nur das Positive, nicht nur das Negative. Es soll ja alles stattfinden dürfen. Ich glaube, es kommt tatsächlich auf den Grad der Manipulierung oder Manipulation auch drauf an. Also ich glaube, es ist schon okay, relativ aggressiv auch Kunden animieren zu wollen, einen Review abzulegen oder zu schreiben. Wenn man dann aber noch quasi sagt, hey, wenn du einen Review mit fünf Sternen gibst und darin das, das und das erwähnst, dann kriegst du nochmal fünf Euro. Das ist dann natürlich schon wieder eine Manipulation, die natürlich sehr gefährlich ist. Ein Euro für jeden Stern. Ein Euro pro Stern. Ja, geil. Nehm ich. Und ich glaube, da ist dann auch schon der Unterschied da. Also das eine ist, aggressiv quasi Leute animieren zu wollen. Das andere ist schon quasi nochmal zu belohnen, wenn die Antwort auf eine entsprechende Art und Weise ausfällt. Und wenn das halt natürlich rauskommt, dann ist es schwierig. Ich würde auch behaupten, dass du natürlich als Marketer da wesentlich skeptischer bist als der durchschnittliche B2B-Buyer. Wahrscheinlich, ja. Und es kommt auch, und ich glaube, das wird aber für jeden irgendwie eine Rolle spielen, ob bewusst oder unbewusst, die Tiefe des Reviews. Sind das einfach nur fünf Sterne ohne Kommentar? Oder steht da dran, von Unternehmensgröße XY, die Jobfunktion? Und auch so, selbst wenn es fünf Sterne sind, gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, irgendwie das zu verbessern, was auch immer. Aber interessant natürlich und generell wahnsinnig spannend zu sehen, das Thema Trust einfach wie, und ich glaube, das spricht auch so für das Gesamtthema Vertrauen. Es wird einfach alle möglichen zur Verfügung stehenden Mittel genutzt, um sich ein Bild, ein neutrales Bild, auch eins, was nicht 100% von dem Unternehmen geleitet wird, zu verschaffen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Ja, 100%. Also ich glaube, was das jetzt auch dann bedeutet für Unternehmen, ist sicherlich, dass sich jedes Unternehmen auf jeden Fall Gedanken machen sollte, um eine konkrete Always-on-Review-Strategie sozusagen. Ich glaube, das machen noch viel zu wenige. Also wirklich auch Kunden zu animieren, sich zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie geschickt spielen auch, dass ein Kunde daran denkt, ein Review zu geben? Oder wie kann ich das vielleicht auch inzentivieren, wenn ein Kunde ein Review gibt? Und da sich einfach konkret Gedanken zu machen, wie man das machen kann, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir auch sehen, was für einen großen Einfluss das hier am Ende des Tages auch hat. Ja, 100%. Und auch gutes Material für Ads, etc. Also muss man nicht auf der Review-Plattform bleiben. Vielleicht magst du mal erzählen, was sind da so ein paar, also hast du da vielleicht ein paar Beispiele, was wir auch mit Kunden machen, wie man das schön einbinden kann? Ja, so gerade um diesen Trend auch so ein bisschen zu, oder beizupflichten und zu nutzen, schicken wir tatsächlich auch in einigen Kampagnen Traffic einfach auf die Review-Plattformen selbst, gar nicht auf die Unternehmenswebsite, also wir zahlen Geld quasi, um nicht mal auf das eigene Unternehmen zu leiten, einfach auch um uns da zu positionieren, als Unternehmen zu positionieren, als eines, welches auch tatsächlich interessiert daran ist, dass man eine neutrale Meinung einholt. Ein weiterer Use-Case wäre das zum Beispiel auf Landing-Pages, auch verschiedenste Reviews einzubinden, nicht nur die Five Stars. Das wäre ja auch ein sehr interessanter Einsatz, gerade bei so Google Ads-Kampagnen haben viele laufen, die so im Competitor-Space unterwegs sind, oder deine Brand plus Alternative, oder deine Brand plus Erfahrung, oder deine Brand plus Reviews. Das sind alles so klassische Suchanfragen, wo es schwer ist, eine gute Conversion-Rate hinzukriegen, weil die Leute suchen ja nach einer neutralen Meinung, die suchen ja eben nicht nach der nächsten Landing-Page vom gleichen Unternehmen, dann könnten sie auch einfach nur die Brand googlen, dann hätten sie genug Informationen da. Und dann aber zumindest diesen Space auch zu nehmen und dann auf der Landing-Page aber versuchen, auch eine neutrale Betrachtung wirklich darzustellen und es zu ermöglichen, ist, glaube ich, ein starker Schritt, auch um Vertrauen aufzubauen als Unternehmen. Und ich glaube, letztlich kann man immer noch auch die Reviews entweder im Karussell-Format oder in einer Image-Ad oder auch in einem Video verarbeiten natürlich als Eigenstehende Ads, die im Feed einfach konsumiert werden können. Ja, mega cool. Macht total Sinn, also auch, wie du sagst, wenn man dann auch schon ein Review einfach im Feed lesen kann, ohne zu klicken, dann hat man natürlich nochmal direkt mehr Impact und zwar auch bei denen, die jetzt nicht klicken, als wenn man es anders macht. Eine weitere Sache, die ich mega spannend fand, ist diese Vendor-List, also diese Liste an potenziellen Anbietern von Software, mit der anscheinend 96 Prozent aller Leute in einen Kaufprozess auch gehen. Das bedeutet... Das ist erstmal heavy. Das heißt, fast alle, 96 Prozent, haben eine bestehende Liste an potenziellen Softwareanbietern, die sie dann konkret durchgehen und sich nur da auch eine Demo buchen, nur die angucken, alle weiteren, weil sie die nicht kennen, weil sie die gar nicht im Kopf erst haben. Obwohl die vielleicht ein besseres Produkt für den konkreten Use-Case hätten, gucken sie gar nicht erst an. Das heißt, dieses Thema, top of mind zu werden, bei deiner Zielgruppe, ist halt wichtiger denn je. Weil du willst ja am Ende des Tages auf dieser konkreten Vendoren-Liste stehen. Weil wenn du da nicht stehst, hast du gar keine Chance erst, überhaupt in dem Entscheidungsprozess zu konkurrieren. Und ich sehe viele Unternehmen, die noch immer Marketing und Messaging so auslegen, dass sie sagen, hey, du hast ein Problem, es gibt eine Software dafür. Und ich glaube, das ist einfach mittlerweile so ein Grundverständnis, vielleicht auch Zielgruppen abhängig, aber in den weiten Teilen der B2B-Landschaft, was einfach gegeben ist. Die Leute wissen, da gibt es eine Software für und die wissen vielleicht auch, da gibt es verschiedene für. Also es gibt natürlich auch Cases, wo es so komplett innovativ, neuer Ansatz irgendwie. Aber im Zweifelsfall suchst du halt dann auch mal kurz auf Google, hey, was sind denn die Softwares da in dem Bereich? Oder irgendwie Visibility zu haben. Also das ist einfach sehr, sehr interessant. Wo man, glaube ich, schon relativ früh oder früher, als sich viele Leute denken, schon in dieses Messaging reingehen kann, was sind denn die Specifics? Und was macht das anders? Ist natürlich auch nochmal die Frage, wie viele wirklich googeln. Weil die Liste hast du ja auch schon, bevor du googelst, oftmals im Kopf. Also wenn wir jetzt nochmal auf Gartner gucken, die meisten haben dann eine Liste von im Durchschnitt vier konkreten Anbietern. 89% kaufen am Ende auch von einem der vier. Das heißt, die Relevanz ist halt schon riesig, dass du am Ende auch einer der vier bist. Und wenn du jetzt zum Beispiel dir eine neue, oder überlegst, okay, ich habe jetzt hier ein konkretes Thema, sagen wir mal Attribution, weil es gerade eh Thema bei allen Leuten ist irgendwie, dann würdest du, wahrscheinlich hast du dann direkt irgendwie ein paar, Anbieter im Kopf, ein paar Brands auch, wo du dir dann direkt einfach eine Demo buchst. Würdest du dann überhaupt noch googeln Attribution-Software, oder würdest du direkt dir eine Demo buchen bei den Brands, die halt in deinem Kopf sind? Ja, das ist sehr spannend. Ich denke, da gibt es da so verschiedene Wege. Ich glaube, einige sind schon so dieses, you don't know what you don't know, und dann gehen sie erstmal einen Schritt zurück noch, und gucken sich mal die Landschaft an. Und haben trotzdem, wäre ich im Kopf vorher schon, aber wollen das nochmal so kompaktieren, so den Blick. Das sicherlich schon. Ich würde sagen, ich mache das wahrscheinlich auch, vielleicht auch nicht in jedem Case, sondern wahrscheinlich daran, wie stark die Brand bei mir im Kopf ist, weil manche will ich die auch haben. Da geht es nur eine. Ja, genau. Und auch, glaube ich, was auch einfach ein unterschätztes Thema ist, ist so Attribution, wir bleiben mal dabei, ist in jedem Unternehmen ein Thema, und nicht seit heute. Ja, die Leute sprechen wahrscheinlich seit drei Jahren darüber, und du versuchst vielleicht seit eineinhalb Jahren dafür Budget zu kriegen, und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo du dir wirklich mal eine Demo buchen kannst. Das heißt, diese ganze Recherche, was gibt es da eigentlich, was gibt es da für Lösungen, da gab es wahrscheinlich schon vier Zeitpunkte in der Unternehmensgeschichte, oder in der du auch Teil warst, wo das Thema aufgekommen ist in dem Meeting, und die Leute haben sich über Lösungen unterhalten, die es da vielleicht auch schon gibt, und am Ende wurde aber gesagt, kein Budget, keine Prio, gerade, wir müssen was anderes machen. Und das heißt, man baut eigentlich Kontext, man hat einen sehr langen Zeitpunkt auf, und hat dann nur einen sehr kurzen Zeitpunkt, wo man halt reingeht und sich wirklich das anguckt. Das heißt, eigentlich ist das Geld schon viel weiter davor auch verdient, und zwar während der kompletten Zeit, wo jemand noch nicht kaufbereit ist, wo du es schaffen musst, in dieser Zeit quasi top of mind zu werden, sodass du am Ende, wenn dann jemand kaufbereit ist, Teil dieser Vendorenliste bist. Wenn du nicht drauf bist, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering, dass überhaupt jemand bei dir kauft. Und ich glaube, wenn man sich das mal wirklich vor Augen hält, und dann vergleicht mit der Art und Weise, wie Unternehmen ihr Go-to-Market eigentlich angehen, wie sie Marketing auch machen, dann deckt sich das nicht wirklich, weil viele versuchen halt, nur die kaufbereiten Leute zu erreichen, mit aggressivem Cold Calling, oder durch Ultra den Push-Kampagnen mit White Paper, Lead Gen etc. und lassen diese langfristige Education komplett außen vor. Aber wenn du es halt schaffst, dich in die Themenwelt einzuklinken, in die dein Käufer sich befindet, wirklich die Themen auseinanderzunehmen, wieder zusammenzuflicken, eine neue Perspektive zu bieten, tiefgreifende Education zu leisten, alle Fragen zu beantworten, die jemand rund um dieses Thema hat, dann wirst du top of mind am Ende sein. 100% und das klingt aber sehr komplex auch, finde ich, und das ist auch alles richtig und das beschleunigt auch den ganzen Prozess, weil man hilft ja demjenigen, derjenigen, sich da irgendwie weiter zu informieren. Und was ich aber spannend finde, es gibt halt auch gleichzeitig die andere Perspektive von dieser Logo-Frequency, einfach auch viel Exposure zu haben über einen Zeitraum, hat auch einen Anteil daran. Wenn die jetzt alle super schlecht sind, die Ads, und die haben gar kein Value und es bringt einen, dann willst du wahrscheinlich nichts bringen. Das sehen wir auch bei White Paper Ads. Du kannst fünf Jahre White Paper Ads schalten. Das ist doch trotzdem kein Inbound generiert irgendwie so richtig, obwohl da ja irgendwo auch das Logo drauf ist. Nichtsdestotrotz unterschätzen das, glaube ich, auch viele und da kommt noch dieser Zeitfaktor dann rein. Du hast vielleicht eine gute Message, triffst vielleicht genau den Pen, trotzdem musst du einfach ein bisschen Zeit mitbringen auch, weil die Leute müssen es aus verschiedenen Angles sehen, mehrfach sehen und das darf man, glaube ich, nie vergessen. Da sind wir wieder beim Thema. Die Leute brauchen Zeit. Nur weil die heute die Ads sehen, selbst wenn die Ads so krass anspricht, dass sie sagen, ich muss das jetzt unbedingt haben, ist da ein Rattenschwanz dran an internen Prozessen und Freigaben und Politik etc., die da so, so wichtig sind, bis der diejenige dann irgendwann überhaupt sagen kann, jetzt gehe ich diesen Schritt. Und das darf man, glaube ich, überhaupt nicht vernachlässigen in diesem ganzen Prozess. Ja, es ist ein Mid-to-Long-Term-Play auf jeden Fall. Ja, aber die Leute, die es schaffen oder die am meisten Budget haben, langfristig investieren zu können, die werden halt gewinnen. Ich meine, bestes Beispiel, das ich immer wieder nenne, ist halt Porsche. Du kriegst als kleines Kind oftmals einfach so einen kleinen Porsche geschenkt und da fängt es schon an, dass sich der Gedanke bei dir platziert, dass du irgendwann mal auch so ein Ding irgendwie fahren willst. Das ist total krass. Ja, oftmals als kleines Kind ein Porsche geschenkt. Ich habe meinem Sohn jetzt noch kein Porsche geschenkt. Ja, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, deswegen, ich glaube, jede Familie dort hat es da. Wirklich, es ist super krass. Und das ist natürlich ein Beispiel dafür, wie man sehr früh in der Journey schon anfangen kann. Und Porsche hat natürlich viel Budget, um das machen zu können, aber natürlich haben das auch gewisse B2B-Brands, haben mehr als andere und die, die da am meisten investieren können, die werden halt genau dieses Spiel dann auch gewinnen. 100 Prozent, ja. Cool. Eine Sache habe ich noch, die ich nochmal kurz ansprechen will, die ich auch sehr, sehr interessant finde und zwar ist, dass eben Leute oder die meisten Leute wirklich angeben, dass sie planen, quasi das Software-Abo zu vergrößern. Also entweder mehr Funktionen freischalten wollen oder mehr Seeds, also mehr Nutzer mit dieser Software verknüpfen wollen im Unternehmen oder halt generell einen Upgrade vornehmen wollen in der einen oder anderen Weise. Also tatsächlich, insgesamt sind das irgendwie fast alle, die mehr von der Software aktuell nutzen wollen, was sehr spannend ist, was natürlich nochmal quasi betont, wie wertvoll auch so ein Land-and-Expand-Modell sein kann. Also, dass man quasi erstmal mit einem kleinen Use-Case reingeht, wert stiftet, einen guten Proof-of-Concept abliefert und dann sich natürlich Gedanken macht, okay, wie kann ich das jetzt schnell expandieren? Und das ist sicherlich eine Taktik, die gerade aktuell ins Traum geht, irgendwie ja, weiterhin zu wachsen, aber auch Enterprise-Kunden gewinnen zu können, die jetzt nicht Riesenentscheidungsprozesse dann mitbringen sollen, weil die Software jetzt direkt den Seven-Figure-Deal irgendwie mitbringt, sondern erstmal kleiner zu starten, absolut Sinn macht. Und das, was Gartner hier rausfindet, unterstützt das ja total. Ja, und auch da nochmal dann nochmal der Appell, Activation und Expansion-Marketing hat da seinen Platz und aktiviert im Zweifelsfall da auch nochmal Leute oder hilft Leuten auch nochmal zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich das nächste gute Upgrade für mich? Das springt, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Trend ein und das sehen wir ja schon noch in verschiedenen Quellen, dass immer wieder gesagt wird, es wird auf der anderen Seite auch gleichzeitig so die Anzahl an Software-Tools schon verringert, auch irgendwie, hey, 20 Tools können wir auch nicht mit dir machen. Und umso wichtiger wird dann, glaube ich, dass die Tools halt tief integriert werden, und das heißt, du musst jedes Tool rechtfertigen, bedeutet, okay, du musst auch sicherstellen, dass das tatsächlich Wert liefert in der Organisation. Wenn du das aber machst und vielleicht sogar in anderen Ecken und Kanten ein bisschen was wegschneidest, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, können wir die Funktionalitäten, die wir jetzt nicht mehr haben, in spezialisierteren Tools, vielleicht mit generalistischeren Tools abdecken und so kommt das, glaube ich, auch zustande. Das wäre zumindest eine Hypothese, wie das auch dann funktioniert, weil es hat durchaus so aus, was wir auch immer wieder mitkriegen. Ja, du hast vielleicht diesen Expansion-Prozess oder auch, du hast vielleicht auch die Budgets, aber es ist schon absolut noch so, dass viele Tools gerade hinterfragt werden. Brauchen wir das wirklich? Und ich glaube, da sind dann auch die Gewinner so ein bisschen Winner-Takes-It-All mit drin, wo einfach das Tool dann, das sind dann meistens tief integrierten, wie dann doch ein CRM von HubSpot, wahrscheinlich noch mal ein bisschen größeren Share, weil die Leute sagen, okay, E-Mail-Marketing machen wir jetzt einfach mit HubSpot, weil das extra Tool, was wir dafür hatten, können wir auch da irgendwie abbilden. Ich habe diese Woche sogar ein Gespräch mit jemandem geführt, die sind von Power BI jetzt zurück auf Sheets. Weil die sagen, das ist so teuer und manchmal denkt man so, was sind die Competitor für Power BI und denkt an, welche super sophisticateden Tools und in dem Fall hat das Unternehmen gesagt, selber ein Softwareunternehmen gesagt, wir kriegen das schon auf Sheets irgendwie und sparen uns eine Menge Geld dabei. Also manchmal sind es auch so die alternativen Lösungen, die man gar nicht im Kopf hat, die jetzt Back to the Roots. Ja, quasi. Ja, geil. Mega. Ich glaube, wir sind mit den wichtigsten Punkten vom Report, meiner Meinung nach, wenn du noch einen hast, let me know. Aber ich glaube, wir haben die wichtigsten auf jeden Fall durch. Wir werden den Link zum Report natürlich auch noch mal in die Kommentare beziehungsweise Shownotes oder Videobeschreibungen reinpacken, sodass ihr es euch gerne auch noch mal direkt durchlesen könnt. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten. Es war mir wie immer eine Freude. Unbedingt noch eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Wenn euch das auch wirklich gefallen hat, natürlich nur ehrliche Bewertungen bitte. Aber natürlich freuen wir uns über jede Bewertung, natürlich insbesondere über Fünf-Sterne-Bewertungen. Ein Euro für jeden Stern. Ein Euro, ja, wollte ich gerade sagen. Wenn es heute schon mal um Reviews geht, natürlich hier noch noch mal der Call-to-Action. Also jetzt fünf Sterne-Bewerten. Nee, Spaß beiseite. Wir wünschen euch noch einen geilen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.